ein wunderschön herzlich willkommen hier auf meinem kanal wie ich das schon in den jahres hinblick an der kündig habe habe ich euch hier film ich es für euch in querformat und ja für mich ist da auch ein ganz neues muss mich da erst mal zu recht haben 16 1708 abonnenten und heute stelle ich euch den kanal cm kreff von ja vor in die kanalbeschreibung ihr kennt uns wir sind cool wir sind max und chris von der schinken und carina von carina spawn hier bilden wir die cmc kreff wir nehmen euch mit euch auf auf die reise unseres lieben erlebt durch unsere flock unsere durch die knallte auch dann auf unsere hauptkanäle vorbei wenn wir ihr nicht genug von uns bekommen doppelt von p in diesem sinne pcmc betritt am 98.12.2016 hat insgesamt schon 16.000 aufrufe und auch schon der kanal gibt ich auch schon so circa zwei wochen ein großes log ich habe den kanal auch zufällig gefunden schauen wir mal in die videos sind da gerade nur zwei videos leider aber schauen wir mal in der eine rein so leute wissen wir jetzt im kern der stadt und hier sieht es ehrlich gesagt schon richtig 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 schön aus ich hoffe ich kann hier noch ein bisschen so ein blick auch film ein bisschen wir suchen jetzt eigentlich makaronen meine damen weil carina das war das erste video mit ihr die suchen nach irgendeinem restaurant oder einkaufladen aber was das genau ist das noch ihr aber selber herausfinden und ich würde sagen wir schauen mal in der aktuellste video rein feueralarm im hotel in paris das klingt lustig so freunde wir haben wir haben jetzt eben noch unser abendessen mit aufs hotel genommen und gucken natürlich kraft sind wir auch freunde carina müssen mit der herrn ich habe schon sehr wenig angeschaut ja wir haben es eigentlich mehr so ganz so viel geflockt aber wir waren auf jeden fall mit der freundin von der carina noch in diesem kaffee wo sie uns hinbringen wollen ja das war der feueralarm oder oder das ist das video von dem feueralarm ich weiß selber die antwort auch nicht ich bin auch sehr gespannt und damit würde ich mich von dem kanal mich erstmal verabschieden und wir gehen zu der endcard wir sind hier bei der endcard und ja alles ist alles ist ein bisschen erneuert worden ähm ja ich muss mich hier erstmal orientieren ähm ihr könnt mich einfach abonnieren auch mein abonnierenfeld ähm zum letzten video oder allgemein zu irgendeinem video kommt ihr hier in der mitte und auch der rechten seite ähm verlinke ich euch den den kanal den ich heute vorgestellt habe und damit noch von meiner seite noch paar anmerkungen sorry dass es seit keine kanalvorstellung in den nächsten zwei drei wochen gab ich hatte gerade nie viel zu tun und ja da war einfach nur sorry aber kein thema ich habe eben auch andere videos geschnitten und las euch noch auf weitere videos überraschen was noch kommen mag bis bald hier auf meinem kanal tschüss auch auch ach auch oh Untertitelung des ZDF, 2020